Ich kann dir mein, äh, Messer schenken, dann hast du da genug 2 Euro Stücke. Ja... Ich hab auch noch 2 Messer. Die sind irgendwie, die sind zusammen, um 250 Euro wert oder so. Willst du mir die schenken? Dann krieg ich ja kein Geld dafür. Kannst du mir auch schenken. Nein. Gut dann... Ich kann's auch beim Ende versteigen. Dann lad ich dich auch mal auf ein Eis ein. Ja. Eis für Messer. Klare Deal. Ja. So, Micha, Raceland, ne? Die Arena unseres Hasses wird jetzt die Arena unseres größten Triumphes. Erstmal den Ball selber klären. Wir sind blau, das ist schon mal gut zu wissen. Das sind wir sowieso. Wir sind Team Blau. Das sind wir sowieso. Mensch, Micha! Tut mir leid, ich konnte dich konzentrieren, weil der am ganzen Blau genau. Ja. Wenn du schön solche Scheiß-Sprüche so bringst, ne? Dann halt wenigstens den Ball dafür. Das ist für dich. Ich bin so schlecht. Boah, Boost. Boah, Boost. Das sah seltsam aus. Schade, das versucht's. Boah, Boost, 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 Boost. Hab ich. Alles gut. Aber nicht den Ball. Braucht doch kein Mensch. Oh, ich hab den Boost. Ähm, wir liegen 7-0 zurück. Egal, ich hab den Boost. Das wär's. Toooooooohh, ja. Mhh. Mhh. Und das nur, weil ich den Boost Gold habe. Und tatsächlich, das war immer noch der Boost, den ich da hatte. Ich hätte dazu schon dort keinen weiteren Boost geholt. Mhh. Mhh. Michael, sag ich doch. Ich brauch den Boost. Dann ist alles gut. Ich muss doch jetzt mal duschen gehen, ey. Ich fühl mich so... Ich fühl mich immer so eklig. Ich brauch den Boost. Sag ich doch, ich brauch den Boost. Ich nenn dich jetzt Sven, der Boost-Meister. Mhh. Mhh. Ich sollte zu vernettigt gehen, wenn ich Boost-Meister bin. Mhh. Ich bin an der Decke. Oder du solltest in die Schule von Schau bei Schau gehen. Mhh. Ne. Wieso hab ich nen Torsches bekommen? Wieso hab ich nen Torsches bekommen? Er ist da ran gekommen? Ich bin auch ran gekommen. Ich bin da. Und ich hab den Boost. Da hat ich die Eier. Lass die Eier zu stehen bleiben. Sind hier so schwer. Sehne dich wie nen Anker nach unten. Oh, den hab ich getroffen? Ja. Er scheint. Das war so was. Was hab ich da grad gemacht? Das war nicht schlecht. Ja, aber die hab ich tatsächlich langsam wirklich das Gefühl, dass wir nicht nur Team-Blau sind. Hast du dich grad gekratzt? Ja. Hab ich gehört. Schön. Ich nicht. Misch, ne? Was? Ich hab übers Tor geschossen. Absichtlich. Ich hab nen Gegner getroffen. Ich hab das Tor getroffen. Guck mal. Hätte Tor werden können. Das ist ein einfacher Ball. Du weißt doch, dass ich solche Dinger nicht halten kann. Du weißt doch, dass ich solche Dinger nicht halten kann. Ja, sie fahren. Ja, sie fahren. Ich bin überfordert bei solchen Bällen. Du müsstest in die ESL, da kommen nur schwierige Bälle. Da kannst du die Sache nur noch halten, ne? Ja. Auch wenn leider entdeckt mich da keiner. Scheiße. Dass die vielleicht nicht hochfallen sollen. Wir fahren mit dem Ball rüber. Jetzt haben wir ein bisschen Boost. Boost. Habe ich. Wobei der gar nicht mal so schwierig war. Bist du? Übung macht den Meister. Ich bin ja auch Boost Meister. Jetzt erwarte ich immer was von dir. Ball für dich. Nee. Was? Nee. Nee heißt nee. Nee. Ball für mich. Oder für dich. Egal. Nee, Ball für den Gegner. Aber Boost für mich. Ach der Boost macht. Oh, scheiße. Hättest du ihn auftitschen lassen? Ich hätte so einen guten Array machen können. Hättest du doch mal was gesagt. Ja, ich dachte, das siehst du. Dass ich hinten im Tor stehe und lauere. Weißt du, was ich sehe? Dass die jener fast ein Tor geschossen haben. Als wir eine Boost schnappen. Erstmal musst du ihn. Vor klar, dass das kommt. Sven? Na, ist gut. Ich hab's schon gesehen, dass du ein Eigentor machst. Ich hab's auch schon gesehen. Ja, lass ihn doch einfach ins Tor gehen. Was er das jetzt nicht gern kann, Micha. Ich hab's nicht genug Boost. Ja, lass ihn doch einfach ins Tor gehen. Ich hab's nicht genug. Ich hab's nicht genug. Ich hab's nicht genug. So, ich hab Boost. Der ist für dich Sven. Verkackst mich. Der ist einfach. Mhm. Was war das denn für ein Aerial? Das wär eigentlich ne Vorlage. Wurde. Ich brauch Boost. Ach, wusste ich, dass du da ran gehst. Wurde ich nicht richtig Tempo. Sag den Ball nicht. Da ist gerüst. Mischa! Easy Kappa Gott Scheiße Gott Es hätte so uneinfach sein können Ja, hätte es auch Ich wollte Ich wollte kurz davor sagen, es ist irgendwie peinlich, aber das soll verlieren Scheiße, ich bin weit weg von unserem Zoo Egal, ich rette das Leben Oh, nein, 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 oh Gott, ich hatte gerade komplett Komplettes Braintod So, Ball zum Boost, das gefällt mir Nein, falsche Richtung Richtige Richtung Das Leben ist eine Einbahnstraße Es geht nur Richtung Tod Verzweifelte Weisheit Nummer 8 193.762,3 Oh Gott Ich kann kotzen Ich auch Ich kann kotzen Mich hast Lebensgewohnheiten Nummer 1 Mich hast Til Weisheiten Dacht mir, ich bin im Super Samen vorhin eingekommen Hat auch gut funktioniert, da ich zwar kein Boost mehr Scheiße Ich habe mich verflogen Ich möchte nichts sagen, aber hätten Sie Ich möchte nichts sagen, aber hättest du dich nicht verflogen Ich hoffe, du hättest den Ball parieren können Das Spiel kriegt ein Like Das Spiel kriegt ein Like Ich bin in der dritte Sekunde Das ist ja, ich werde nichts sagen, ne Aber hättest du dich grad nicht verflogen, ne Ihr hättest mich grad nicht verflogen, ne Ihr hättest mich vielleicht sogar gewinnen können Ich bin in der dritte Sekunde Du tiltest mich einfach bis zum Boden, bis ins Boden, also.